ein neuer monat ist vorbei in diesem video zeige ich dir mein neues design und ich würde einfach sagen wir legen los nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco heute gibt es mein neues design und ich habe dir unter dem e-mail ein video von letztem jahr eingepackt kannst du mal reinschauen ich werde anhand der videos immer wieder gefragt so oder mir wird immer wieder gesagt ich kann das nicht ich traue mich nicht ich bin nicht so künstlerisch und ich habe mich am anfang auch recht wenig getraut weil man irgendwie so das gefühl hat man muss mit anderen mithalten aber dein notizbuch ist dein notizbuch und du musst mit niemandem mithalten und wenn man die älteren sachen von mir sieht weiß man da gab es eben auch eine entwicklung ich konnte mir das anfänglich auch nicht so gut vorstellen ja ich würde einfach sagen bevor wir jetzt da ins quatschen reinkommen würde ich euch meinen neuen monat oktober zeigen willkommen im oktober und das ist wirklich krass wie schnell der monat vorbei gegangen ist ich verlinke dir mal unter dem was ich im letzten jahr gemacht habe ich weiß es nicht hundertprozentig ob ich im letzten jahren oktober video gemacht habe wenn da findest du das oktober video ansonsten das was ich gemacht habe einfach unter dem i gucken weil ich sag immer in meiner anfangszeit habe ich mich nicht so viel getraut und jetzt mal ich halt schon ganze bilder hier rein und da habe ich meinen schwarz stift der so gut wie leer ist komplett ausgenutzt diese tombos haben einen tank und das ist schon ziemlich blöd wenn die farbe schon relativ leer ist und du den stift so aufrecht herz ich habe so ein stifter glas dann hast du auf der einen seite plötzlich keine farbe mehr oder umgedreht also muss immer gucken welche farbe du jetzt verwendet ist also welche seite denn ich habe es ziemlich leer gerockt werde gleich sehen das ist nicht das einzigste also diese idee habe ich von pinterest wieder weil jetzt ja auch die dunkle jahreszeit beginnt halloween etc und da habe ich mir gedacht weil ich da eben hier diese fledermaus hier habe ich selbst die fledermaus einfach mitten rein weil ich mit dem kalender so wie ich ihn jetzt aufgebaut habe ganz gut zurecht gekommen dann habe ich mir halt einfach gedacht jetzt mal ich da einfach schwarz weiter und ich habe wirklich den stift das so geht nicht mehr ausgenutzt und eben dann auch festgestellt weil ich werde oft von euch gefragt hast du mir ein buch notizbuch was nicht abdrückt auch das drückt ab das hat zwar die seiten aber an der stelle muss ich wirklich sagen würde ich lieber zu einem leuchtturm greifen weil ich die seiten einfach mehr mag okay dann drückt halt noch mehr durch aber mich persönlich stört es nicht ich versuche euch bloß unterschiedliche notizbücher vorzustellen und mit der ausgabenseite so wie sie jetzt ist komme ich echt richtig gut zurecht so noch mehr schwarz ja ich habe mein stift wirklich bis zum äußersten genutzt aber ich dachte mir so mut strecker diesmal über zwei seiten zu machen fand ich gar nicht mal übel die zehn dinge habe ich dann auch noch mal in der art und weise gemacht also dunkel und mit weißem stift und auch hier ist es mir passiert mir hat die frau im schreibwaren geschäft gesagt wie lagern sie diesen stift ich gesagt ganz normale möbchen hat sie gesagt besser man lagert ihn so weil mir ist es tatsächlich passiert dass die mini war noch halb voll dass der mir komischerweise ihnen eingetragen hat ist da ist nichts mehr durch die mini gekommen und zwar ist das ein stift von unibor und ich probiere es jetzt einfach das so zu langer wie man mir das gesagt hat im schreibwaren geschäft ja und der hat ebenfalls auch ein platz neben dem schwarzstift thema zehn dinge zehn dinge ist ein format hier auf dem kanal favoriten format wo ich so über die monate hinweg einfach ein bisschen sammle ideen genau das gleiche aber momentan ist es ein bisschen schwierig ich habe einfach keine neuen ideen also wenn du video ideen hast kannst du mir die gerne unten in die kommentare schreiben die telefon seite finde ich relativ wichtig weil es doch oft sachen gibt die man am telefon bespricht wo man irgendwie einen zettel sucht oder so und die schreibt man dann einfach irgendwo drauf habe ich früher immer gemacht irgendwo auf irgendwelche briefe etc und dann hast du die hat immer noch suchen müssen und so ist es wirklich alles in meinem notizbuch drin allein ade ist eine schreibübung die finde ich ganz wichtig da nimmst du dir einfach auch die zeit einmal am tag und schreibt in dein buch rein genauso wie positives diese schreibübung soll dir das positive in deinem leben einfach vor augen halten ich fand die übung am anfang ein bisschen seltsam aber ich habe mich dann schnell dran gewöhnt pick dir etwas positives am tag heraus und fühl mal so in dich rein was du durch diese positive sache erlebt hast und mir hat diese geschichte schon ganz gut geholfen dann haben wir hier den sleep tracker der für mich eigentlich auch ganz wichtig ist ausschlaggebend ist bei mir wirklich der schlaf wenn ich zu wenig schlafe dann kannst du mit mir nichts anfangen also ich bin schon so eine acht stunden schläfer weniger schlecht das kann ich ein zweimal machen aber nach dem dritten vierten mal kannst du mich echt wegschmeißen also gerade wenn es so in die sechs stunden richtung geht und dann sieht man das immer gleich direkt manchmal ist einem das einfach auch nicht bewusst ob man jetzt gut geschlafen hat oder nicht das thema wunsch habe ich auch mit in mein buch ist mit reingenommen da schreibe ich einfach auch das auch so eine schreibübung schreibe ich mir einfach auf was ich mir für die zukunft wünsche und ja setzt dieses positive gefühl einfach auch um indem ich es einfach schriftlich mache also es ebenfalls auch eine schreibübung und der happy tracker ist dieses mal ganz hinten und den habe ich recht einfach gemacht ich versuche euch mal ein bisschen mehr herzuholen also keinerlei schnickschnack ich habe bei dem happy tracker früher schon ein paar dinge ausprobiert ich habe auch mal einen runden gemacht kam dann nicht so ganz so recht auch mal einen halb runden und wenn irgendwie an diesem layout hängen geblieben kommen wir zum september hier möchte ich euch einfach auch noch mal zeigen wie habe ich das ganze umgesetzt manchmal probiert man einfach sachen aus ob die für ein gut funktioniert haben und da habe ich zum ersten mal das mit diesen mit denen mit dieser vierer aufteilung ausprobiert und habe dann sehr schnell festgestellt herrn ist das jetzt da gemacht also gleich mal mit einem fehler begonnen aber aus fehlern lernt man also ich habe hier diese 44 aufteilung und hier an der stelle habe ich halt immer ein notizfeld wo ich mir notizen eintragen was auch sich als sehr richtig gezeigt hat meine ausgaben in im september sahen so aus ich werde oft gefragt ob mir das reicht da ich das ganze immer zusammenfassend auf schreibe reicht mir das auf jeden fall der happy tracker ist hier dieses mal weiter vorne und ja wie üblich einfach auch hier muss ich einfach rechten aber mit der zeit wieder eine kleine veränderung einbringen habe ich einfach gemerkt wenn ich das nicht mache dann ja jetzt irgendwie langweilig in diesem tracker einzutragen ich weiß nicht ob ihr wisst was ich meine hier habe ich schon einen sehr aufwendigen checker gemacht und hier sieht man auch ich habe ein paar mal vergessen einzutragen und einmal muss ich bewusst sagen habe ich bewusst vergessen weil ich keine lust hatte einzutragen habe ich mir dann einfach so ein kleines zettelchen reingeklebt weil ich hier einfach kein platzen habt ihr wer es nicht erkennt dass ein teebeutel positives wie ich schon gesagt habe ist eine gute übung aus der persönlichkeitsentwicklung sogar dass man sich einfach vor augen hält was man einfach ja positives im leben hat also manchmal erkennt man das einfach nicht und wenn man sich am tag hinsetzen und eine sache herauspickt dann weiß dass das gehirn schon automatisch am anfang ist es wirklich seltsam muss ich wirklich zugeben habe ich mich auch gefragt was mache ich da eigentlich aber ich fand dann diese übung schon richtig gut und ja dann wieder den sleep tracker der einfach bei mir unwahrscheinlich viel aussagt wenn ich schlicht und ergreifend zu wenig schlafe oder schlafprobleme habe manchmal steht man auf hat dann am tag so viel zu tun dass man nicht mehr weiß ob man genug geschlafen hat und macht dann so dinger wie zu viel essen weil man zu müde ist man ist kaputt ohne ende man kann sich nicht konzentrieren und das hat mir halt schon oft gezeigt wenn ich da rein schaue und sehe ja okay und das ist ja einfach nur so ungefähr gesagt also ich schreibe mir da nicht die genaue stundenzahl auf sondern es ist ungefähr und wenn ich dann sehe ich bin derzeit lang wirklich unter sieben stunden gewesen dann muss sie nachschlafen alleine des wieder genau die gleiche schreibarbeit da kriegt man sich einfach im satz des tages raus was einem durch den kopf geht und schreibt es einfach auf das ist einfach irre gut auch fürs gehirn wenn man einfach dieses schreibarbeiten macht es kommt übrigens aus der persönlichkeitsentwicklung zehn dinge ihr wisst ja das ist mein favoritenformat telefon gab es dieses mal echt überhaupt nichts ideen hatte ich auch nicht ganz so viele es wird sich aber auch wieder ändern es gab zeiten wo diese seiten komplett voll waren ja und auf der letzten seite steht mein wunsch den zeige ich euch nicht falls du lust hast und selbst bei instagram bist kannst du mir dein layout gerne da zeigen ich bin momentan auf instagram auf meinem zweiten profil etwas faul ich muss da ein bisschen nachholen und du kannst mich aber gerne da verlinken du findest meinen account mein zweiter kommt unten als ersten kommentar verlinkt weil ideen braucht man immer ich bin hauptsächlich zwar immer so ein pinterest mensch da finde ich die meisten ideen aber wir können uns ja auch gegenseitig helfen ich würde an der stelle sagen ich melde mich wieder ab bedankt mich bei dir fürs einschalten die mir doch ein daumen nach oben falls dir mein video gefallen hat ihr wisst mein abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss